Der elektrische Hebelift Ameise ist dank einer stabilen Aluplattform die ideale Lösung für den Transport von Waren bis zu 80 Kilogramm. Die Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen sorgen für einen sicheren Stand beim Auf- und Abbewegen der Waren. Mit Hilfe des höhenverstellbaren Schiebegriffs und den Lenkrollen aus thermoplastischem Elastomer, sowie dem robusten Fahrwerk aus Stahl lässt sich der Hebelift bequem verfahren. Dieser praktische Helfer für Büro, Werkstatt, Produktion, Lager und Großhandel ermöglicht eine körperschonende und ergonomische Handhabung von Lasten. Der akkubetriebene Lift hat durch seine kompakte Bauweise aus elektropoliertem Aluminium und Stahl ein geringes Eigengewicht. Die Plattform lässt sich mittels intuitiver Schaltwippe auf eine bestimmte Höhe positionieren. Mit einer hohen Hubgeschwindigkeit lassen sich Materialien zügig auf die benötigte Arbeitshöhe transportieren. Die Stromversorgung erfolgt über einen 12-Volt-Akku, der sich bequem mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen lässt. Der Hebelift Ameise überzeugt durch sein innovatives, minimalistisches Design und seine außergewöhnliche Qualität. Die Anlieferung des Geräts kann durch sein geringes Eigengewicht bequem per Paketdienst erfolgen. Der Hebelift ist bereits vormontiert, sodass eine einfache Montage garantiert ist.